Hallo und herzlich willkommen zum eigentlich ersten Video von Cup of Architects. Die Bauphase der Qualifikation liegt nun seit wenigen Tagen hinter uns und wir möchten euch in diesem Video nun alle bewertbaren Plots mit dem dazugehörigen Bilder einmal kurz vorstellen. Alle anderen Grundstücke, welche zwar bebaut wurden, aber nicht ausreichen, um bewertet zu werden, werden hier auch nicht präsentiert. Die Reihenfolge der Bauwerke ist vollkommen willkürlich und hängt nicht mit einer Platzierung oder sonstigen zusammen. Die Gewinner der Qualifikation, welche in die nächste Runde vorrücken, werden am Mittwoch, den 7. Dezember, jeweils mit einer etwas längeren Cinematic vorgestellt. Falls ihr euch die Plot selbst noch ansehen möchtet, schaut doch einfach auf dem Server unter mc.cupofarchitects.eu vorbei. Die nächste Bauphase für die erste Ausscheidungsrunde startet dann voraussichtlich am 8. Dezember. Nun viel Spaß mit den Bauwerken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.